Leute, was für ein Spiel hier gleich zum Saisonauftakt für unseren Klub für den 1. FC Magdeburg. Auswärtsspiel in Wiesbaden gegen SV Wehen. Es war ein Krimi, es war ein spannendes Spiel für mich und das gleich zum Auftakt. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an unsere heutige Partie an SV Wehen Wiesbaden. Den einen Punkt, den habt ihr euch eigentlich verdient heute sogar. Eure Mannschaft hat souverän gespielt, hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, kam mir teilweise sogar vor wie eine alte Herrenmannschaft, so ruhig seid ihr geblieben. Selbst in Unterzahl seid ihr nicht in Hektik verfallen und habt den einen Punkt heute zu Hause gelassen. Für uns vom 1. FC Magdeburg heißt es jetzt natürlich weiter kämpfen, auch ein Ausrufezeichen, in der 2. Fußball-Bundesliga zu setzen, gerade mit den ganzen Neuverpflichtungen, die wir gemacht haben. Viele von unseren Neuverpflichtungen für den 1. FC Magdeburg haben wir heute noch nicht gesehen. Unter anderem war aber jetzt schon einer dabei, das war Xavier Emeji. Wie hat euch der so gefallen, vor allem, wo er da seinen Balltanz gemacht hat und der Kommentator von Sky ja dann auch noch so meinte, dass er am Ball was kann, das wissen wir, aber er muss jetzt auch noch mal was zeigen, hier gerade in den letzten Minuten vom Spiel. Aus meiner Sicht war das Schönste heute zu sehen, dass unser Luca Schuler wieder dabei ist. Er hat ein Ausrufezeichen gesetzt für die Partie und das natürlich gerade nach seiner langen Verletzungspause. Schön, dass du wieder da bist Luca und genau so weitermachen. Nächsten Sonntag heißt es dann erstes Heimspiel auch in der neuen Saison gegen unsere Freunde aus Braunschweig. Seid gegrüßt, hallo Florian. Und wie ihr so in die neue Saison startet, das können wir uns ja morgen anschauen, und zwar gegen Holstein Kiel. Ich bin gespannt, was ihr da so rauspfeffert. Wie hat euch das Spiel heute gefallen, lasst es mich ruhig wissen. Vor allem natürlich bin ich neugierig auf eure Meinung zu den Neuverpflichtungen, die wir ja denn doch heute ein paar gesehen haben. In diesem Sinne bleibt am Ball und blau-weiße Grüße bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020